Willkommen zurück bei NerdArea, ich bin der Gabriel und wir detektivieren weiter. Beim Hebel umzudrehen, okay? Was ist das? Endlich, endlich ein Schaubel. Ein Schaubel, okay. Oh, oh, oh. ... ... ... ... ... ... Ja, achta Eins von drei Nee, warte Wie kam ich denn dorthin? Ich hab das doch erst grad irgendwie gehabt Da Äh Hä, wo ist denn der von da? Hä, wo ist denn der von da? Boah ey, das wird trefflich Ja, wo ist denn der von da? Ja, wo ist denn der von da? Wie kam ich denn da? Wie kam ich denn des? Oh, das geht jetzt wieder los. Qualle? Wo ist die Qualle? Was? Nein. Spritze. Axt. Kräuter. Du-du-du-du-du-du-du-du-m. Oh, was? Bauer. Wecker. Federball? Wo ist denn der Federball? Hand. Duse. Linker. Weißt du die Qualle? Nicht? Das war die Qualle. So, Federball und Zange. Da ist der Federball? So. Hartschneider. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal. Kurbel habe ich immer noch nicht geboren. Oh, meine Hände kann ich noch weiter. Okay. Gehen wir zurück mit Jochen. Gut. Ah. Das war's für heute. Achso, und jetzt hole ich mit dem Schuh Achso, ich habe einen Schlüssel da Brille Wo ist der Sextant? Kerzenhalter Mikrofon Ballerina Blirr 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 Stempel Ball Oh Gott Und Trompete Das ist ein Camophon Das ist ein Camophon Oh wow, wir haben auch dafür gekriegt. Das ist ein Gericht. Die Titel lese ich mir nicht durch. Was ist das? Kann ich hier nichts machen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist leider ein Mörder, super. Der schlicht rumlauft. Was ist das? 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 Das ist das Ding... Wo ist denn der Türgriff? Manchmal sieht man den Verlauter, ich freue mich nicht, boah ist das gut. Ich nehme an die Tür, ich nehme an die Tür und nehme an die Tür. Die Beine noch vertauscht. Tülen Talent. Wieder Wimmel. Schlinge. Schildkröte. Blume sehe ich gerade nicht. Melche. Kanone. Knopf. Schiff. Knoblauch. So und jetzt gehts ab. An der Hand fehlt ein Finger. Wo ist der Finger? Schiff. 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 Musik Fällt mir am Rad? Und noch weiter zurück, und noch weiter zurück, und noch weiter zurück, ok, Brille, das ist wie so ein Glasmacher, Papiertüte, und noch weiter zurück, und noch weiter zurück, und noch weiter zurück, ok, Brille, das ist wie so ein Glasmacher, Wasserhahn, Wasserhahn, Schale, ich dachte Papiertüte, ist das hier hinten? Deswegen will ich jetzt gerne die Schale finden, Ernsthaft? Peng! Isolierbar! Kann man wissen? Nein! Ist nichts mehr zu tun, da haben wir auch alles geplant, müssen wir mal hier zurückgehen? Nein, ist auch nichts mehr, also, das Bootteil ist klar, da gibt es aber auch nichts mehr, jetzt ist es lieber ein Zwist ohne wofür, wir können wahrscheinlich beginnen jetzt mal wieder die Garage, mehr oder? Geht doch nicht. Was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Ach was. Oh, 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 oh.